Mensch, fag doch mal ein bisschen schneller. Ja, hallo, hier ist 50. Ja, da kann man trotzdem 80 fahren. Mindestens. Aber muss das jetzt sein? Müssen die Zeiten und jetzt nur Lola essen. Guck dir auf der Straße. Ich mach das schon. Geh Angst. Fahrt. Jetzt mach mal ein bisschen Young Year. Ich muss im Brei in der Kneipe sehen und das Skat-Turnier. Das ist ein Scheiß-Kalt, das interessiert mich doch nicht. Das ist Achim! Heilemann! Da war Achim. Ich wollte mit Achim quatschen. Warum hältst du nicht an? Achim interessiert mich doch scheißdreck. Sind Sie ein VfA-Lehrer? Wo soll das? Was im Haus meißchen? Ja, so nicht. Wissen Sie was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich such mal eine andere Fahrschule, das ist ja furchtbar. Ekelhafter. Ach, dann wirkt er zu einer anderen Fahrschule. Scheiß hier. Was für ein Idiot. Ich brauch doch der Flappe. Das sieht ja spitze aus. Hi. Hi. Ich suche dringend eine fähige Fahrschule. Ich will mich meine Flappe machen. Abends rumhetzen, wissen Sie? Meckes und so. Dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie ja jolt richtig sind. Und den Meckes runter. Es ist non plus ultra. Ohne jebnischt. Das ist ja super. Ja, dann würde ich sagen, machen wir schnell den Papierkram. Und jetzt sieht aber auch schön aus. Also. Wenn auch du deinen Führerschein machen möchtest, dann schau doch mal bei der zertifizierten Fahrschule Rupitz in Merseburg oder Plauen vorbei. Führerscheinausbildung aller Klassen, berufliche Weiterbildung und Qualifizierung sowie der Erwerb von Bedienberechtigungen für gewerbliche Wirtschaft werden angeboten. Bei der Ausbildung wird auf aktuelle Unterrichtsmedien, Methoden und auf moderne Fahrzeuge gesetzt, welche alle Sicherheitsstandards erfüllen und zusätzlich mit diversen Assistenzsystemen ausgestattet sind. Es werden faire Konditionen geboten und das kompetente Team ist stets bemüht, das Ausbildungsziel so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn du also aufhändig deine Meckes Rundle Train möchtest, melde dich gerne bei Fahrschule Rupitz. Wenn ich sie doch sage, die Bude ist tippitappi. Alles ordentlich, alles schick, alle freundlich. Ja, super Preiser. Ohne Scheiß. Und gute Autos. Hm. Ja, aber nicht so ruhig Prüfung. Dann kommen wir los. Zum Eckes. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. Komm. Dann kommen wir los.